Ah, ist ein Traum. Ist ein Traum, wieder hier zu sein. Lukas! Wo ist Lommerland? So. Cha-cha. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen blauen Meer mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Ich hab nichts gesagt. Da ist ein Fahrstuhl, oder? Ist das der Outlast-Gedächtnis-Fahrstuhl? Das sieht aus wie eine Arena. Bei Gott, das ist eine Arena. Oh nein. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja, scheiße. Aha. Guck an. Hab ich so gesagt. Wir brauchen nur ein Kraut. Okay, da ist auch eine Kiste. Ja, war klar. Lukas! Komm raus! Wo auch immer du steckst. Oh. Okay. Okay. Da ist irgendwie ein Seil. Ich will mir gar nicht runterspringen. Ich trau mich gar nicht. Ich mein, dann geht's eh los. Weiß ich jetzt schon. Ja, komm. Scheiße drauf. Lautsprecher. Oh Gott. Oh nein, ich glaube. Oh nein. Ich verbrat ja alles an Muni. Toll, Brennstoff. Wofür? Okay, Tür geht nicht offen. Wir kommen noch nach oben. Ich bin echt gespannt, wie sich das normal spielt. Also ohne VR-Brille. Bin ich echt gespannt, wie schnell wir durchkommen. Was war das? Eine Batterie. Eine große Speicherbatterie. Muss zur Verwendung in eine Batteriefassung eingesetzt werden. Ah ja. Ich trau mich nicht mit den Kisten, ey. Das ist so... Erstmal gucken, welche welche sind. Wir stehen unten an dem Pult, was wir gesehen haben. Aber wo geht's denn hier raus? Ach, wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl, oder? Ah ja. War ja irgendwie klar, oder? What the fuck? Beim Schweinekampf. Ernsthaft? Du mich auch. Hääääääääää! Wer ist er denn, Alter? Häääääää! Ciao! Mach dich erst zum Mann, Ethan! Waa! Iiiiih, Alter! Iiiiihihi! Körperklaus ist da! Ja! Ach komm, ernsthaft, ey! Hier, fick dich! Alter, hier, fick dich! Oh, ciao! War's das jetzt? Oh, er kotzt schon wieder. Er kotzt schon wieder. Er kotzt schon wieder. Ja, komm. Oh, komm, ernsthaft. Ey, Alter, ja, ist doch gut! Hör auf zu kotzen! Ich kotzt dich doch auch nicht an, oder? Geh weg! Geh mal aus der Sonne! Geh mal aus der Sonne! So, ciao! So, warte mal, haben wir... Kann ich hier einen Fahrstuhl benutzen? Nee, geht nicht, ist klar. Du kannst dringend eine Freundin liefen. Kannst du mir helfen, einen zu finden? Ja, hier, nimm doch ihn hier! Oh, fad! Warte mal! Warte mal! Klick, klick, klick! Keine große Kunst, wenn sie so dick sind, was? Sag mal, bleib doch mal tot jetzt! Na, endlich! Ja, also. Und jetzt? Der war eh nicht mein Favorit, ist klar. So, kann ich den Fahrstuhl fahren? Sehr schön! Sauber! So, weg hier! Alter, was ein Körperklaus! Wo geht's denn hin? Da oben oder nach unten? Ah, nach oben! Cool! Ich hoffe, ich komme hier... Ich hoffe, ich komme hier heil raus, oder so. Warte mal eben. Äh, hallo? Karte? Karte! Ah, hier. So. Ja, was habe ich auf der Linse, glaube ich, oder? Ne, doch nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hm. Toll. Ist das Clancy? Ist das Clancy? Das ist Clancy. Boah, alter, wer lebendigen Leib verbrannt, ne? Dieser miese Sack von Lukas. Pillen und Chemikalien, objekte einfacher, achso, nö. Hm. 1408. Du bist als Nächster dran. Ich glaube, ich habe irgendwas auf der Linse, oder? Der arme Clancy. Clancy. Eine antike Münze. Juhu. Der erinnert mich ein bisschen an Jigsaw, muss ich sagen. So ein bisschen. Ohne Spaß. Ich hätte jetzt so lachen müssen, wenn wir jetzt auf einmal hoch... Entschuldigung. Ähm. Wenn wir jetzt auf einmal urplötzlich wieder in diesem Demo-Haus wären. Mit dem Knopf hier. Ich hätte mich so kaputt gelacht. Aber wo sind wir hier? Achso. Äh. Ah, 1408 war das, ne? Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schubbeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Wie packt er... Ernsthaft? Ich soll meine ganzen Waffen jetzt ablegen, oder was? Ach, komm, hör auf. Munition behalte ich mal. Das juckt den ja wahrscheinlich gar nicht, ne, oder? Sonst noch Munition, ey. Ich weiß, den du rumschleppst. Pack das alles weg. Oh, alles. Oh, komm, ey. Warte mal. Okay, da hat sie die Frage übrig. Ich wollte fragen, ob ich ein Messerwesen mitnehmen darf. Oh nein. Junge, du bist so doof. Junge, du bist so doof. Warum gehst du hier rein? Oh Mann. Okay, der Puppenfinger fehlt. Oh, es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. Oh, ist das fies. Klopapier ist immer noch da, seit über drei Jahren. Also Klopapier haben die immer genug. Es ist Wahnsinn. Es ist unglaublich. Und Dosen haben die ohne Ende. Dosen und Klopapier, das ist so... Ja, ganz bestimmt nicht. Ich werde bestimmt nicht in diesen Raum gehen, nachdem ich das Video gesehen habe. Okay. Boah, es ist fürchterlich, in die Dunkelheit zu gehen mit der Kerze. Alter. Hä? Habe ich doch verbrannt? Wieso geht... Oh, okay. Oh nein. Oh, komm. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Leck mich am Arsch! Ethan, Wortwahl bitte. Wir haben Kinder. Im Gebäude, irgendwo, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das Problem ist, das ganze Fass hier ist voller Öl. Und wenn er dann die Kerze hier ansteckt, dann brennt das hier alles. Aber was ich mich frage, wenn das so alles hier gebrannt hat, ne? Na gut, er hat es anschließend wieder gelöscht, vermute ich mal. Muss das doch trotzdem alles schwarz sein, oder nicht? Wir müssen, wir wissen ja eigentlich, im Prinzip wissen wir ja die ganzen Codes, ne? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Galgen war das erste, ne? Galgen, Baby. So. Genau. So, die Strohpuppe war gewesen. Wofür war die Strohpuppe nochmal? Lukas hat gesagt, ich soll eine brennende Kerze in die Torte stecken. Brennt nicht. Oh, ich warte nochmal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wofür war die Strohpuppe nochmal? Ach, jetzt ist hier ja der Licht an. Oh, scheiße. Wow. Alter. Ah ja, da kann man ja den Puppenfinger gekriegt, genau. So. Aber wir brauchen im Prinzip ja... Ähm... Den Puppenfinger ja gar nicht, weil... Wir hier das Passwort ja wissen eigentlich, ne? Wenn es dasselbe ist, ne? Müsst ja immer noch Loser sein, oder? Lüüüüü... Sehr. Boah, überlebe mal, wenn du das Band nicht findest und den nicht anguckst. Boah, dann bist du aber am Arsch, ne? Dann bist du aber echt am Arsch. Ah ja, stimmt. Jetzt wäre es ja eigentlich so gewesen, dass... Warte mal, wie wäre es denn jetzt? Ah ja, wir uns erst einritzen und so. Okay. Moment, 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 Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja nur dafür da, damit wir wissen, welches Passwort das ist, ne? Und hier war das Fernglas. Boah. Boah, mh, lecker. Boah, köstlich, mh. So, warte mal, Inventar benutzen. Sonst sehen wir damit eher nichts, ne? Oder? Außer Symbol halt. Okay. Also, ich werde bestimmt nicht den aktivieren, weil im Prinzip müssen wir ja nur hier hin, ne? So. Und wir haben ja jetzt gar nicht das Ding, das Fass aufgedreht. Das heißt, es kann ja eigentlich jetzt gar nicht mehr brennen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es dürfte ja eigentlich gar nicht brennen. Scheißkerl, du solltest doch drauf gehen! Oh Gott, ich gehe mal weiter in Sicherheit, wollte ich gerade sagen. Ich werde dich so fertig machen, Kumpel. Wenn ich mit dir fertig bin, mache ich aus dir ne Handtasche. Aha. Ist gerade noch hier gewesen. Ah, der Kopf. Sauber. Juhu. D-Serie Kopf. Mhm. Endlich. Sein Kackstuhl da. So. Moment. Karte des, was? Versuchsgeländes. Okay. Eieieiei. Überwachungspartyraum. Scheune. Oh Gott. Eieiei. Oh, ich kann speichern hier. Erstmal die Waffen wieder. Äääh. Hallo? Flinte. Granatwerfer. Pistole. Messer. Flüssigkeit. Pistolen, Munition. Erste Hilfe. Kraut. Haben wir da auch irgendwo? Kraut? Ein nur. Brennstoff. Brenner. So. Eieieieiei. Ich denke mal, die Lupe und so brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich werde mal speichern, denn ich glaube, jetzt wird wahrscheinlich der finale Kampf kommen. Mia? Mia? Mia! Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Sind vor dem Raum da. Okay, dich. Ruhig nun, Ethan. Was willst du, verdammt? Dich? Tod? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau. Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Ich mag keine Spaß, Verderber. Arsch. Kannst du mal herkommen. So, speichern. Oh, Spaß. Ich mache aus dem so eine Handtasche. Oh, wir brauchen die Kurbel, okay. Ich verstehe. Ah, guck mal. Äh, warte mal. Und dann war es das, glaube ich, mit der Kurbel auch. Ich glaube, dann brauchen wir die nicht mehr. Boah, wir brauchen unbedingt Granatenmunition, also für den Granatwerfer. Der ist schon echt cool. Aber wir haben ja Dings, ne? Warte mal. Ähm. Machen wir einfach so. Aber wo sind wir denn hier? Habe ich die Kurbel jetzt... Okay. Ich lagere die Kurbel wieder ein. Eine Weste. Kann ich die mitnehmen? Nein. Verdammt. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ähm. Ja, die Kurbel, die lagere ich wieder ein. Besser ist. Dann haben wir das schon mal. So. Dü, 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 dü. Ja. Okay. So, auf geht's. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ja Lukas ja kommen, ne? Der Lokomotivführer. Lukas! Wo ist Lummerland? Ah, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir... Ach, hier ist der Wasserturm. Ne, den haben wir am Anfang des Spiels gesehen. Ganz am Anfang. Ja, ich komme mir. Aber Lukas ist doch nie im Leben der finale Boss. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da ist ja auch noch ein Gebäude. Oh Gott. Oh Gott. Also entweder ist irgendwas auf der Linse. Ja, ich glaube, irgendwas ist, glaube ich, auf der Linse drauf. Ja. Na, es geht aber auch. Das kann nie gut gehen, wenn ich hier so lange in Ruhe rumlaufe. Das kann nie gut gehen. Da hinten ist da jemand, oder? Sieht aus, ob da jemand läuft, oder so. Aus der Ferne. Ich gehe erst mal hier gucken. Das Haus ist auch gut gebaut. Das ist, ja, fachmännisch installiert, sagen wir mal so. Oder ob wir doch auf ein Schiff kommen? Das würde mich ja mal interessieren. Auf dieses ominöse Schiff. Oh Gott, wir kriegen wieder so viel Munition und alles. Nein, ach, hör auf. Warum habe ich die Kurbel weggelegt? Die war so schlau. Ich konnte ja nicht wissen, dass wir die nochmal brauchen. Okay, ich beeile mich. Hüah! Alter. Ist doch mal gut. Nachts 0.30 Uhr. Selfie-Time. Selfie-Time. Klick. Warum ist die Musik so dramatisch? Da kommt doch keiner mehr, oder? What the fuck? Alter, der Fette schon wieder? Ach, komm, hör auf. Ernsthaft? Ähm. Oder? Ah, nee, doch nicht. Oh, es ist der Gefายunde. Oh, nee, doch. Ja, nein. wieder mal abdancen ist Musik ist immer noch dramatisch ich weiß gar nicht warum ich habe ein Messer, ich werde es einsetzen Freunde ach komm, ey, ernsthaft ach komm, jetzt hör doch auf ey, hör auf, da ist doch lächerlich das ist doch, aua lass das ich tue dir auch nichts na, dreh dich um ach, hör auf toll, jetzt ist die Musik vorbei oder? ne, doch nicht na, wer kommt da noch? noch zwei oder was? da gibt es doch nicht ist doch voll übertrieben, ey so viele jetzt auf einmal nur damit du deine Munition wieder verballerst so lächerlich und jetzt steht gleich einer an der Kiste so, hallo kann die Musik mal aufhören? ich bin im Safe-Raum danke so, warte, wollte ich die Kurbel, ne mein Gott, dass wir die Kurbel nochmal brauchen hätte ich nicht gedacht uzzle schHere ich bin im sch 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 Das war's.